Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Partei-Pod, beziehungs-Coach, und so weiter und so weiter. Und ja, herzlich willkommen in 2022, wird bestimmt geiles Jahr, gehen wir auch mal von aus, nutzt eure Manifestationsmöglichkeiten. Und genau, bei mir gibt es zwei neue Sachen. Einmal habe ich jetzt auf vielfachsten Wunsch, wird es einen neuen Kurs geben, passive Bindungsangst, so in Ergänzung zu meinen Bindungsangstangeboten, könnt ihr schon buchen, so einen Frühbucherpreis. Und es gibt neue Bootcamps in verschiedenen Städten in Deutschland, wo ich auch sicherlich auf diese, noch mehr auf Bindungsangst fokussieren werde. Die gibt es auch, gibt es so einen Januarpreis gerade, genau, auf Liebeschip.de. Ja, heute mal würde ich mal so zwei Themen zusammen machen, ganz gern. Einmal, ja, so meine Freunde zeigten ihr wahres Gesicht, also ein Rückblick auf so ein Liebeschip, ja, von so einer Studentin, sagen wir mal. Und ja, so die Kunst des Loslassens und nicht Suchens. Aber gehen wir erst mal in die E-Mail rein. Lieber Hemmste, ich möchte dir ein Feedback zu deiner Arbeit geben und auf mein Liebeschip, ja, zurückblicken. Anfang des Jahres habe ich mich von meinem bisher toxischen Ex getrennt. Und danach landete ich erst bei Coda, sind Codependents Anonymous, also in der AA-Gruppe. Kann ich, ich kann es da sehr empfehlen. Müsste ich eigentlich mal extra Video dazu machen. Also es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Coda und SLAA. Coda hat, glaube ich, es geht halt mehr um Co-Abhängigkeit da. Und ich meine, die hätten nicht so ein Konzept von Nullkontakt. Das macht das manchmal so ein bisschen kritischer. SLAA wiederum sind manchmal, wenn man so als Frau jetzt in so eine Gruppe geht, wo nur sexsüchtige Männer sind, muss man halt die richtige Gruppe finden. Aber gut, das ist vielleicht nochmal in einem anderen Video. Du hast das Video Alle Männer, die ich date, sind schwach als Antwort auf meine Mail gemacht. Danke dafür. Ja, würde ich hier vielleicht mal verlinken. Auf meiner Dankbarkeitsliste des Jahres steht, liebe Schipkerns oben, es hat mein Leben verändert. Es war ein verdammt hartes Jahr und das ist es noch, aber genau das musste passieren. Ich fasse kurz zusammen. Ich habe mich von insgesamt zwölf Menschen in diesem Jahr getrennt, nachdem ich mir durch dich und Coda meine Seite des Problems schonungslos angesehen hatte und mit Eckart Tolle mein Ego beobachtete und dementsprechend begann, mein Verhalten zu ändern und ging einige Freundschaften gar nicht mehr. Es hat sich einfach wie eine riesige Lüge angefühlt und ich merkte auch, wie viele Freundschaften ich nur deshalb hatte, damit ich jemanden hatte, irgendwo dazugehörte und mich liebenswert fühlte. Ja, also mir wird das ja immer klarer, ich hoffe, ich kann das auch so rüberbringen, dass wir uns alle, also wir ziehen die Leute in unser Leben, die wir brauchen, um bestimmte Steps zu machen, um uns weiterzuentwickeln, was unsere Seele, denke ich, will. Und ja, also es ist nichts zufällig irgendwie und jeder Partner ist auf eine Art und jeder Freund, auch jeder Freund, der sich nicht wie ein Freund weilt, ist auf eine Art der Richtige und spiegelt uns, wo wir weitermachen dürfen. So, es gibt da keine Zufälle und keiner ist falsch. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg aus dem Täter-Opfer-Denken raus, dass man sagt, hey, eigentlich muss ich Freunden, Ex-Partnern geradezu dankbar sein, dass sie die Rolle gespielt haben, mir meine Defizite, also wo, also Defizite, sagen wir mal, wo meine, meinen Ritter, Ritterrüstung, wo da noch Lücken drin sind, dass sie mir das gezeigt haben. Und so, ne, und dann kann ja auch, können ja auch neue Menschen kommen, ne. Und mit Eckart Tolle mein Ego beobachtete und dementsprechend begann mein Verhalten zu ändern, gingen einige Freundschaften gar nicht mehr. Es hat einfach sich wie eine riesige Lüge angefühlt und ich merkte auch, wie viele, ach so, was habe ich schon, gut, habe ich das schon vorgelesen? Ja, habe ich schon vorgelesen, okay. Um diese Gefühle zu bekommen, tat ich alles für diese Menschen, die gar nicht zu mir passen und die auch gar kein großes Interesse an mir hatten. Ja, ich würde mittlerweile sogar sagen, dass tatsächlich dieses co-abhängige Verhalten löst auf der anderen Seite auch aus oder verstärkt dieses, ja, also, weil, wenn man so co-abhängig ist, nimmt man sich selber sicher nicht richtig ernst, man respektiert sich nicht richtig und das spiegeln einem wieder die anderen, die sich dann auch nicht für einen interessieren. Es hat alles einen Riesensinn, also ich bin da ganz sicher, so, ne. Alles dröselte sich wie von selbst auf und auf einmal zeigten mir diese Freunde auch ihr wahres Gesicht. Entweder, wenn ich Grenzen setzte oder wenn ich aufhörte, ihnen ihre Zufuhr zu geben. Ja, ich, das ist, glaube ich, was viele auf Liebeschipp erleben, dass die einfach sehen, dass Freundschaftsbereich auch von Plus-Minus-Verhalten, Co-Abhängigkeit, Egoismus geprägt ist, dass es keine echten Freunde sind und, ja, das hinterlässt natürlich erstmal Lücken, ne. Das ist gar nicht so einfach, ne. Der Gewinn, den ich durch diese Grenzziehung gegenüber diesen ungesunden Freunden bekommen habe, ist enorm. Das erste Mal fühlte ich echte Selbstliebe, ich fühle mich sicher und in mir zu Hause, ich fühlte mich sogar weniger einsam. Also, ja, das ist wirklich, wie Selbstliebe sich irgendwann mal anfühlen soll. Also, ich konnte es früher nicht fühlen, jetzt kann ich das eigentlich mittlerweile ganz gut, dass ich das Gefühl habe, ich bin wirklich mein eigener bester Freund und ich kümmer mich auch erstmal, gucke auch erstmal, wie soll man das sagen? Ich will es nicht sagen, ich kümmer mich erstmal um mich, versuche mir, die auch um andere zu kümmern. Aber, also, beides ist wichtig, ne. Und ich überlege auch immer, was ist für mich jetzt das Richtige so, ne. Und das habe ich früher einfach gar nicht so gemacht. Und das löst tatsächlich Einsamkeit viel mehr auf, als, glaube ich, andere Menschen das können so, ne. Ich habe also den Großteil meiner Freunde hinter mir gelassen und kann, da kam auch noch meinen Job dazu, den ich schon längst hätte, aufgeben sollen. Ja, das ist jetzt so ein typischer Liebeschiffweg, ne. Alle, ein Dominostein nach dem anderen fällt um und, kommen geilere, coolere Dominosteine, ne. Daraufhin entschied ich mich für einen Job, der zu mir passt, aber überhaupt nicht mein Ego streichelt und gab die Idee einer Karriere auf, durch die ich mich definieren konnte. Das war tatsächlich erstmal hart. Dadurch bin ich in einem Umfeld gelandet, in dem jetzt erstmal auf den ersten Eindruck weitaus demütigere Menschen arbeiten. Erstmal fühlt sich das alles etwas langweilig an, aber es ist auch kein Drama in Sicht und ich liebe die Arbeit. Ja, das ist immer so eine Sache, ne, mit dem mit dem Ego, ich meine, klar, also das Ego liebt auf jeden Fall Abwechslung, das ist mal klar. Und wenn man nicht mehr so im Ego ist, kann einem das erstmal ein bisschen langweilig vorkommen, was es natürlich nicht sein muss, aber das ist so im ersten Moment. Kann das schon sein, man muss da einfach sein, wie ich finde, ne. Gedatet habe ich nicht, anfangs noch online, doch da habe ich schnell gemerkt, wie gefährlich das ist. Ja, ist tatsächlich für Ex-Liebessüchtige, sondern der Ding echt. Ist wie eine Kneipe gehen, ne, für einen Alki. Nach meiner jahrzehntelangen Liebessucht habe ich nun schon seit einigen Monaten keinen Mann im Kopf und der Druck danach zu suchen, ist auch sehr gering. Ich gebe ihm nicht nach. Mein Leben fühlt sich gerade wie leergeräumt an, was ich als alleine wohnende Single-Frau Anfang 30 im Pandemiewinter manchmal schwer auszuhalten ist, doch ich halte durch und denke an deine Kolumbus-Metapher. Das ist die Metapher, wenn ich sage, Kolumbus ist losgesegelt, weiß nicht, was kommt, ist aber schon mitten auf dem Meer, kann nicht mehr zurück und segelt einfach weiter. Genau, das ist, wo du gerade bist. Sehr gut. Ich bin sicher, der bereitete Boden wird Neues, Gesünderes hervorbringen, auch wenn mir noch etwas Geduld abverlangt wird. Die Pandemie hat diese ganzen Prozesse noch unterstützt. Ich finde, der Ego-Abbau wird dadurch erleichtert, wenn man sich darauf einlässt, nicht mehr ständig kontrollieren, planen, fürchten zu können und sich dem hinzugeben, was ist, tut gut. Ja, das ist tatsächlich Ego-Abbau. Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche das jedem, danke für deine Videos, Kurse, Livestreams, Texte, Nadja Levskola. Ja, sehr schön, gute Arbeit. Jetzt wollte ich eigentlich noch was sagen zu der Kunst des Nichtstuens, aber ich glaube, das ist gerade so rund, das mache ich dann im Video, was dann morgen kommt. Freut euch drauf. Ich verlinke hier auch nochmal die neuen Kurse, macht die fucking Kurse. Das ist einfach nochmal Game Changer, guckt euch die Bewertungen an, hat vielen Menschen geholfen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Start nochmals in den Januar 2022. Ciao, ciao.